Liebe Instandhaltungskommunity, am 5. und 6. Dezember findet wieder unsere traditionelle Tagung Instandhaltung in Nürnberg statt. Was ist das Besondere an der Tagung Instandhaltung in Nürnberg? Der fachliche Austausch zu Instandhaltungsthemen mit Praxisberichten steht im Vordergrund. Ich freue mich sehr auf diese Veranstaltung, hochkarätige Vorträge, gute Diskussionsworkshops zum Thema Digitalisierung, Fachkräftemangel in der Instandhaltung und internes Marketing werden dort durchgeführt. Nutzen Sie die Möglichkeit, einmal über den Tellerrand hinauszuschauen und sich inspirieren zu lassen. Wir als Instandhaltung von Schaeffler sind jedes Jahr dabei in Nürnberg, weil wir den Austausch mit anderen Instandhaltungen sehr schätzen. Ich freue mich auf Ihre Beteiligung. Ich hoffe, dass wir uns da alle in Nürnberg wiedersehen. Sind Sie dabei bei dem, wie es ein Teilnehmer mal so schön bezeichnet hat, Familientreffen der Brancheninsider? Wir freuen uns auf Sie. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage oder melden sich gleich an.